Zukunft der Arbeit. Unternehmen investieren stärker in digitale Schulungen. In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt grundlegend verändert. Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, ihre Mitarbeiter für die Herausforderungen der digitalen Welt zu rüsten. Dabei spielen digitale Schulungen eine zentrale Rolle. Die Investitionen in diese Art der Weiterbildung sind laut aktuellen Studien in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine Umfrage des Beratungsunternehmens XOFZ zeigt, dass 75 Prozent der befragten Firmen planen, ihre Ausgaben für digitale Schulungen in den kommenden zwei Jahren zu erhöhen. Dies steht im Einklang mit den Prognosen, dass digitale Kompetenzen zunehmend für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entscheidend sind. Die Unternehmen sind sich demnach bewusst, dass ihre Belegschaft kontinuierlich geschult werden muss, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Experten betonen, dass digitale Schulungen nicht nur eine Reaktion auf den aktuellen Arbeitsmarkt darstellen, sondern auch eine proaktive Maßnahme für die Zukunft sind. Der Trend geht dahin, dass die Mitarbeiter durch Online-Kurse, Webinare und interaktive Lernplattformen gezielt gefördert werden. So könnten Fachkräfte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Data Science und digitales Projektmanagement ausgebildet werden. Diese Investitionen in Weiterbildung stießen dabei auf großes Interesse seitens der Mitarbeitenden, die ihre eigenen Fähigkeiten erweitern möchten. Gleichzeitig wird der Druck auf Unternehmen größer, langfristige Karriereentwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Um talentierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, ist es entscheidend, ein attraktives Weiterbildungsangebot zu schaffen. Ein weiterer Aspekt, der von Analysen hervorgehoben wird, ist die Notwendigkeit, die persönlichen Lernbedürfnisse der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, individuelle Lernpfade zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens und die Interessen der Mitarbeiter abgestimmt sind. Trotz der positiven Entwicklung gibt es auch Herausforderungen zu bewältigen. So bemängeln einige Führungskräfte, dass nicht alle Mitarbeitenden gleichermaßen profitiert hätten. Insbesondere ältere Arbeitnehmer haben Schwierigkeiten, sich an neue Technologien anzupassen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, sind gezielte Schulungsprogramme notwendig, die speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet sind. Der Bereich der digitalen Schulungen wird weiterhin im Fokus stehen, besonders mit dem Aufkommen neuer Technologien und den damit einhergehenden Veränderungen im Arbeitsmarkt. Unternehmen, die jetzt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investieren, legen den Grundstein für eine bessere Zukunft, in der digitale Kompetenzen unumgänglich sind. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Investition in digitale Schulungen nicht nur eine Frage der Unternehmensentwicklung ist, sondern auch eine Frage der Attraktivität im Wettbewerb um Talente. Die Unternehmen setzen sich somit nicht nur für die eigene Zukunft ein, sondern auch für die Entwicklung ihrer Mitarbeiter. Autor Anita Farke, Freitag, 11. Oktober 2024.